Die alten Weisheiten der Hermetik haben seit Jahrhunderten Menschen beeinflusst und inspiriert. Im Zentrum dieser Lehren stehen die sieben hermetischen Prinzipien, die als Schlüssel zur Veränderung der Realität gelten. In diesem Video tauchen wir in diese Prinzipien ein und erkunden, wie sie das Leben und die Wahrnehmung der Realität beeinflussen können. Wie die sieben hermetischen Prinzipien die Realität verändern können. Das Prinzip der Mentalität Das All ist Geist, das Universum ist mental. Dieses Prinzip lehrt, dass alles, was existiert, zuerst im Geist entstanden ist. Es betont die Macht des Denkens und wie Gedanken die Realität formen können. Das Prinzip der Entsprechung Wie oben, so unten. Wie unten, so oben. Dieses Prinzip zeigt die Verbindung zwischen den verschiedenen Ebenen des Seins auf. Es lehrt, dass das, was im Makrokosmos geschieht, sich im Mikrokosmos widerspiegelt und umgekehrt. Das Prinzip der Schwingung Alles fließt aus und ein. Alles hat seine Gezeiten. Alles steigt und fällt. Alles im Universum schwingt und bewegt sich. Durch das Verständnis und die Anwendung dieses Prinzips kann man lernen, mit den Schwingungen des Universums in Einklang zu kommen. Das Prinzip der Polarität. Alles ist dual. Alles hat Pole. Alles hat sein Paar von Gegensätzen. Dieses Prinzip lehrt, dass Gegensätze nur verschiedene Grade derselben Sache sind. Durch das Verständnis der Polarität kann man Extreme ausgleichen und Harmonie in der Realität schaffen. Das Prinzip des Rhythmus Alles fließt aus und ein. Alles hat seine Gezeiten. Alles steigt und fällt. Das Leben hat seinen Rhythmus, seine Zyklen. Durch das Verständnis dieses Prinzips kann man lernen, mit dem natürlichen Fluss des Lebens zu gehen und nicht dagegen. Das Prinzip von Ursache und Wirkung Jede Ursache hat ihre Wirkung. Jede Wirkung hat ihre Ursache. Dieses Prinzip lehrt, dass nichts zufällig geschieht. Alles hat einen Grund. Und durch das Verständnis der Ursachen kann man die gewünschten Effekte in der Realität erzeugen. Das Prinzip des Geschlechts. Das Geschlecht ist in allem. Alles hat seine männlichen und weiblichen Prinzipien. Dieses Prinzip betont die Rolle von Maskulin und Feminin in der Schöpfung und wie das Gleichgewicht dieser Energien die Realität beeinflussen kann. Die sieben hermetischen Prinzipien bieten tiefe Einblicke in die Funktionsweise des Universums und die Natur der Realität. Sie lehren, dass alles miteinander verbunden ist und dass durch das Verständnis und die Anwendung dieser Prinzipien jeder die Macht hat, seine Realität zu beeinflussen und zu verändern. Es ist eine Reise des Verstehens, der Selbstentdeckung und der Transformation. Die Weisheiten der Hermetik sind tief und zeitlos. Wenn du eigene Erfahrungen oder Gedanken zu den hermetischen Prinzipien und ihrer Anwendung im Leben hast, würden wir uns freuen, wenn du sie in den Kommentaren teilst. Teile dieses Video auch mit Freunden und Familie, um das Bewusstsein und das Verständnis für diese alten Weisheiten zu verbreiten. Und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal Und möge deine Reise durch die Mysterien des Universums erfüllend sein.